Ja, guten Abend, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Studierende hier im Hörsaal und auch im Zoom-Raum. Ich freue mich sehr, dass wieder so viele zusammengekommen sind, um unseren nächsten Vortrag in der Reihe Einführung in die Digital Humanities zu hören. Ich begrüße besonders herzlich unsere heutige Referentin, Franziska Netter, die ich jetzt in kurzen Worten vorstellen möchte. Denn Frau Netter ist Ägyptologin, Museumskuratorin und Digital Humanist, wie sie auf ihrer Webseite schreibt. Ägyptologisch, also fachlich, ägyptologisch gesehen liegt ihr Schwerpunkt auf religiösen und literarischen Texten. Wie Sie vielleicht wissen, sind ägyptische Texte in Heroblifen geschrieben. Das ist einigermaßen komplex. Auf Papyrus wird aber vor allem hieratisch geschrieben. Das ist eine Schreibschrift. Und damit eben auch eine individuelle Handschrift, was die ganze Geschichte noch komplexer macht. Frau Netter hat Ägyptologie, alte Geschichte, aber auch Soziologie und Marketing PR an der Universität Leipzig studiert. Mit der Magister 2004 abgeschlossen. 2009 hat sie in Ägyptologie promoviert. Also ich lese jetzt nicht diesen langen Titel vor. Über Problemlösungsstrategien nach Texten des römischen Ägypten. Und 2021 hat sie habilitiert in der Ägyptologie über Kultpraxis in ägyptischen literarischen Texten. Und ich kann mich noch an den sehr vergnüglichen Habilitationsvortrag, der ja in Corona-Zeit dann über Zoom gelaufen ist, erinnern. Für ihre Studien hat Frau Netter einige Preise erhalten, unter anderem den Theodor-Litt-Preis der Universität Leipzig. Sie war dann Visiting Research Fellow am Institute for the Study of the Ancient World in New York und am Department of Ancient Studies in Stellenbusch in Südafrika. Sie sehen, der Schwerpunkt liegt fachlich bei altägyptischen Texten, aber Frau Netter ist eben intensiv in die Digital Humanities eingebunden. Gleich nach ihrem Magister war sie im Trismegistos-Projekt dabei. Das ist ein großes interdisziplinäres und internationales Projekt zur alten Welt. In ihrer Zeit als Assistentin in Leipzig war sie dann auch in das große Projekt Database and Dictionary of Greek Loan Words in Koptik integriert. Das heißt, sie hat sich eigentlich immer schon mit Digital Humanities Aspekten beschäftigt. Und da hat sie auch einzelne sehr intensive Projekte in Digital Humanities eben mit Bezug auf altägyptische Texte durchgeführt. Und da möchte ich besonders hervorheben das Frosetta Stone Project, eine digitale Edition der besonderen Art. Aber darüber werden wir heute natürlich mehr hören. Seit 2020 ist sie an der Sächsischen Akademie der Wissenschaft angestellt im Projekt Kompetenzwerk D, Sächsisches Forschungszentrum und Kompetenznetzwerk für digitale Geisteswissenschaften und kulturelles Erbe. Und wenn ich das von der Webseite her richtig verstanden habe, ist das ähnlich gelagert wie unser SCDH. Denn auf der Webseite heißt es, im Vordergrund stehen dabei die Unterstützung bei der Nutzung und Übertragung von geeigneten Methoden auf geisteswissenschaftliche Fragestellungen und der Ausbau bereits vorhandener digitaler Forschungskomponenten. Und Nutzung und Übertragung von geeigneten Methoden auf geisteswissenschaftliche Fragestellungen, davon werden wir jetzt gleich eine Kostprobe bekommen. Vielen Dank. Vielen herzlichen Dank für die freundliche Begrüßung. Liebe Frau Lobasser, vielen herzlichen Dank für die Einladung nach Münster. Ganz herzlichen Dank an die Kolleginnen und Kollegen hier. Ich begrüße alle herzlich, die hier vor Ort sind. Hallo in die Runde. Und hallo auch alle, die uns bei Zoom zugeschaltet sind oder die vielleicht uns noch später irgendwann zuhören. Dann wird ja alles aufgezeichnet. Und dann vielleicht irgendwann im Sommer oder im Winter gucken Sie das. Auch da seien Sie herzlich begrüßt, wenn Sie später zu uns dazustoßen. Ja, ich freue mich sehr, Teil dieser Ringvorlesung sein zu können. Es sind ja schon viele bunte Themen, die begonnen haben und die auch noch folgen werden, wenn wir einen Blick auf das Programm werfen. Und jetzt hüpft es gerade nicht weiter. Klassiker. So, jetzt möchte es gerne. Genau, wollte noch ein bisschen gestreichelt werden. Also wenn wir einen Blick auf die ganze Liste werfen, was hier auch noch an Themen schon aufgeworfen wurde, an grundsätzlichen Fragen und die auch noch kommen werden, zeigt uns das vor allem erstmal eine Sache, dass die Digital Humanities, wenn man die als Forschungsdisziplin an sich nimmt oder will man das eigentlich überhaupt, das ist nämlich auch nochmal so eine Frage, ist sie ganz schön disparat. Das ist ja immer die große Frage, ist Digital Humanities ein Fach für sich selbst oder ist es Teil von allen möglichen Fachdisziplinen im Moment bei einigen stärker als bei anderen? Diese Diskussion ist so alt wie die Idee der Digital Humanities selbst. Die Umsetzung, wie wir das derzeit an Universitäten und Hochschulen sehen, ist, dass es mehr ein eigenes Fach wird, dass Institute gegründet werden, Zentren gegründet werden, erste Leute schon jetzt Bachelor-, Masterstudiengänge geschafft haben. Also ein kleines Fach, wie wir das auch aus vielen Geistes- und Sozialwissenschaften kennen, aber im Grunde genommen muss ja das Ziel sein, zumindest nach meinem Dafürhalten, dass Digital Humanities Teil aller Disziplinen irgendwann sein wird und nicht nur von den Leuchtturmen wie zum Beispiel die Altertumswissenschaften, die ja eine Keimzelle der Altertum der Digital Humanities sind, insbesondere Papyrologie. Warum? Papyri sind ganz oft zerschnitten worden oder zerteilt worden und da gibt es in den verschiedenen Archiven der Welt dann mal ein Stück, ein Fragment in Rio de Janeiro und eins in Zagreb. Das ist immer so mein Lieblingsbeispiel, da gibt es ein Totenbuch Papyrus, der in zwei Teile geteilt ist und auf zwei Kontinenten. Kriegt man physisch nie zusammen, kriegt man nur virtuell in irgendeiner Form wieder zusammen, es sei denn, jemand macht mal eine Sonderausstellung, aber auch dann wird das nur temporär sein. Also Altertumswissenschaft ist eine Keimzelle für Digitalisierung an sich, aber natürlich auch für die Digitalität selbst, die an sich ja auch nicht aufzuhalten ist und ist ja auch schon Teil der Forschung, gerade wenn wir in Sozialgeschichte gucken, Anthropologie, Ethnologie, da ist ja das Erleben der Digitalität, der Umgang mit Apps, mit Handys im täglichen Leben ja schon Forschungsgegenstand von vielen Arbeiten und Studien. Deshalb, weil das so disparat ist, greifen die Digital Humanities ganz, ganz viele Fragestellungen auf, die die Wissenschafts-Community, die Forschung, aber auch die Gesellschaft selbst betreffen. Also da ist ganz schön viel Aktivismus auch inklusive in den Digital Humanities, was eben auch das Vortragsprogramm sehr schön beweist. Da ist zum Beispiel die Frage eben der Verortung, die ich schon angerissen habe, da gibt es eben so die Fragestellung, ist Digital Humanities so ein Big Tent und was ist alles in diesem Big Tent, also in diesem großen Zirkuszelt mitzufinden. Die ganzen AGs von den Forschungsverbunden für Digital Humanities, die haben Untergruppen zum Thema Theory Telling, also wo kommt das Ganze her, wie selbstreflexiv ist man, wo verortet man sich und da sind das wahrscheinlich auch ganz, ganz viele Fragen, die man sich dann stellt, für die man nie so richtig eine Antwort hat, aber unglaublich lange auch diskutieren kann. Ja und dann betrifft das eben auch Fragen, wie gehen wir mit unseren ganzen digitalen Daten um, die wir dann so rauskriegen. Wenn man auf eine Ausgrabung geht, werden jeden Tag tausende Gigabyte Fotodaten erstellt. Was macht man? Wie sichert man die? Nicht nur zehn Jahre, nicht nur am Rechner auf der Grabung. Was ist vielleicht in 50 Jahren damit? Wer kann dieses Format noch lesen? Also diese ganze Frage der Nachhaltigkeit von Projekten. Erhard Kräfer hat hier in der Ägyptologie viele Datenbanken angefangen, die alle auf eine Art und Weise dann auch schon wieder geupdatet werden mussten in die Formate, um die heutzutage nutzbar zu machen. Und da können wir sehr froh sein, dass das hier in Münster angegangen wurde, weil wäre ja schade drum für die ganze viele tolle Arbeit, die da gemacht worden ist im Bereich Bibliografie, Metadaten für Forschung, Forschungsprojektdaten und so weiter, um einfach nur mal ein lokales Beispiel zu nennen. Und Stichwort Nachhaltigkeit, da komme ich auf was zu sprechen, was dem Wissenschaftssystem auch inhärent ist. Das sind die befristeten Arbeitsverhältnisse. Also vieles, was wir unter Debatte Frist ist Frust oder Ich bin Hanna mittlerweile kennt. Es wird auch viel in Digital Humanities hinterfragt, unter welchen Bedingungen arbeiten die Kolleginnen und Kollegen. Und natürlich ist es schwierig, das System an sich erstmal zu ändern, aber es wird mit verknüpft und es wird mitgedacht. Dass einfach Personal nur zeitweise da ist. Das ist eben erstmal die Schwierigkeit des deutschen Wissenschaftssystems. Und dann sind weitere Fragen, die angedacht werden. Wie verknüpfen wir die Daten? Wie können wir Daten, die wir beispielsweise aus der Ägyptologie haben, mit Datensätzen aus der Ethnologie verknüpfen, weil jemand ein Gebiet erforscht, was einen Raum betrifft, einen gemeinsamen geografischen Raum beispielsweise und irgendwas visualisieren will über die Zeiten hinweg. Stichwort Linked Open Data. Das Wissen der Welt maschinenlesbar zur Verfügung zu stellen und auch zu visualisieren. Und wie kann man das nicht nur selber machen, sondern auch Ihnen allen hier erklären? Vor allem diejenigen, die im Bereich der akademischen Bildung hier am Start sind, Studierende. Aber eben nicht nur die erreichen, sondern auch eine breitere Bevölkerung. Das ist dann das, was wir als Bürgerwissenschaften bezeichnen oder Citizen Science. Das ist eben auch was, was durch die Digital Humanities sehr stark mit vorangetrieben wird. Das können eben Sachen sein wie projektbasierte Lehre. Das werden wir beim Digital Rosetta Stone Projekt gleich sehen. Oder eben auch so Sachen wie Hackathons, dass man in Seminaren sich nicht nur 90 Minuten jede Woche trifft, sondern vielleicht auch mal projektmäßig was zusammenbaut. Oder dann eben auch Leute, Hacker, die aus ganz anderen Forschungsfeldern kommen oder ganz anderen Bereichen arbeiten, einfach interessiert sind an unseren Forschungsgegenständen und da Bock haben für einen begrenzten Zeitraum, da mal bestimmte Daten mit zu coden oder für irgendwelche Zwecke aufzubereiten, mit zu visualisieren und so weiter. Da ist also ein großes Potenzial in der Bevölkerung, auch da ein Schatz, den es zu heben gilt. Bis hin zu auch eher Nutzer, Anwender getriebenen Sachen. Wenn man mal eine Ausstellung besucht, gerade jetzt, die Pandemie hat es gezeigt, ist es ganz gut, wenn man auch digitale Komponenten hat. Viele Leute, die in Museen kommen, werden sie gehen können, denn oft konnten wir es ja nicht, interessieren sich vorher, sich im Netz mal was anzugucken. Eine digitale Ausstellung, einen digitalen Audio-Guide oder vielleicht danach noch ein bisschen, den Besuch nachzubereiten, mit Kindern was zu machen. Also da sind die Anwendungen vielfältig und das wird im Bereich der Digital Humanities oft mitgedacht. Das war meine relativ lange Einleitung, um so ein bisschen eine Idee zu kriegen und auch einen Bogen zu spannen. Ich möchte das gerne an einzelnen Themen ein bisschen exemplifizieren. Ich werde am Anfang hauptsächlich über das, wie schon erwähnt, Digital Rosetta Stone Projekt reden. Dürfen wir auch. Es sind ja 200 Jahre Entzifferung der Hieroglyphen, die wir in diesem Jahr feiern können. Da halten wir uns ein bisschen länger auf. Dann werde ich noch kurz auf ein Leipziger Projekt eingehen über den Papyrus Ebers, der in der neuen Form visuell vorliegt. Das ist ganz interessant für die Technologie, die hinter den Bildern steckt. Das mag vielleicht den einen oder anderen hier interessieren. Und dann werde ich noch erzählen, was wir in Südafrika in einem Forschungs- und Lehrprojekt machen. Da geht es eher in die Richtung 3D-Modellierung und auch Anwendung in der Lehre. Noch ein ganz kurzes Wort zu der Gruppe, wo ich arbeite, das Kompetenzwerk D. Da werden Sie dann beim nächsten Mal einen weiteren Vertreter, meinen Kollegen Goldhahn, sehen. Wir sind eine Truppe, die relativ einmalig in Deutschland ist, weil die von außeruniversitären Forschungseinrichtungen gegründet wurde. Da gehört die Sächsische Akademie der Wissenschaften als Haupthaus dazu, aber noch fünf weitere außeruniversitäre Einrichtungen. Und wir forschen selber an Projekten in diesen Häusern mit. Aber wir helfen auch bei der Umsetzung von Forschungsprojekten. Und die sind hauptsächlich historische Projekte, manchmal mit leichten sozialwissenschaftlichen Anteilen, die sich eben unter anderem im Bereich der Altertumswissenschaft bewegen, aber auch im Bereich der Zeitgeschichte. Es gibt sogar schon ein Corona-Forschungsprojekt, wo Social-Media-Analyse gemacht wird. Also sehr, sehr spannende Sachen. Und auch Pandemieforschung hat es sogar auch schon gegeben. Bevor die Corona-Pandemie angefangen hat, hat ein Kollege ein Projekt gehabt, womit er eigentlich ziemlich in den Zahn der Zeit getroffen hat. Und antike und mittelalterliche Epidemien erforscht, die wir dann auch in Wikis und ähnlichen Sachen dann aufnehmen und die Quellen dann auch vorliegen haben. Das also ist das Kompetenzwerk D. Drei Leute an der Sächsischen Akademie verortet und vielfältig in Sachsen unterwegs. Auch in diesen ganzen Konsortien, die es da gibt. Nationale Dateninfrastruktur, Forschungsdatenmanagement, alle solche Sachen. Wer das schon mal gehört hat, bei dem wird jetzt vielleicht das Bing machen. Und auch da sind wir stark mit vernetzt. Und von meiner früheren Arbeit an der Universität Leipzig habe ich dann dieses Rosetta Stone Projekt mit an die Sächsische Akademie genommen. Also die Backstage-Area an Logos wird hier immer größer. Natürlich auch in Kooperation mit den Kollegen am British Museum, wo der Stein von Rosetta sich heutzutage befindet. Aber auch mit Kollegen aus Florida, die wir gleich noch sehen werden. Aber bevor wir genau gucken, was das Ziel des Ganzen war und wo das hingeführt hat und was diese digitale Edition überhaupt darstellt, nehmen wir uns natürlich die Zeit, gucken wir noch mal schön auf das Monument selbst, das so eine große Bedeutung für die Entzifferung des Ägyptischen erlangt hat. 1822 ist es gewesen. Jean-François Champollion ist es gewesen. Deshalb haben wir eben dieses Jahr das Jubiläum. Im September ist quasi der Jubiläumsmonat und es wird mit zahlreichen Veranstaltungen, Ausstellungen und so weiter begangen. Wir sind ja hier am Exzellenzcluster Religion und Politik. Und der Stein von Rosetta an sich als Monument ist natürlich ein perfektes Sinnbild für das Thema des Clusters, weil wir es hier mit einem Dokument zu tun haben, das genau die Verzahnung, so diese Checks and Balances zwischen der Krone, also dem altegyptischen Pharao, und der Priesterschaft zu tun haben. Das Ganze ist nämlich ein Dekret, also ein Rechtstext, also zu dieser Zeit gab es Gesetzgebung, kasuistische Gesetzgebung, aber man hat so Dekrete gehabt, die zusätzlich noch die Gesetzgebung ergänzt haben, unter anderem eben solche Verordnungen. Und die hat der Pharao zusammen mit Priestern erlassen. Und die Kommunikation in diesem Text ist eben so, dass man das gemeinsam herausgibt und quasi mit einer Stimme spricht. Also sehr interessant auch vom kommunikationswissenschaftlichen Aspekt. Und da gibt es eine ganze Reihe Regelungen für Günstigungen für die Tempel, Erlass von Schulden, Verehrung von dem Pharao, seiner Familie, den Ahnen, aber auch den Tieren im alten Ägypten. Wurden ja viele Götter auch in Tierform verehrt. Und diese ganzen Sachen befanden sich dann auf dem Stein. Und der ist in drei Sprachen beziehungsweise Schriften formuliert. Und das sehen Sie angedeutet an diesen blauen Pfeilen oben, wo auch ein bisschen was fehlt. In dieser doch sehr fragwürdigen Rekonstruktionszeichnung, wir haben jetzt auch eine bessere, in Hieroglyphen, also diese klassische altegyptische Schrift, in dem Sprachtyp mittelägyptisch. Der war zu diesem Zeitpunkt altertümlich. Altertümlich hat man gemacht, um sich mit einer gewissen Art Prestige auf die guten alten Zeiten zurückzubesinnen und dem Dokument natürlich so eine höhere Relevanz zu geben. In der Mitte, wo das D steht, ist die demotische Sprache und Schrift. Das ist das, wo bis zu der Zeit gesprochen und geschrieben wurde. Und parallel hat man zu dieser Zeit auch Altgriechisch verwendet, weil die Herrscher, die Pharaonen zu dieser Zeit ursprünglich aus Makedonien kamen. Das waren die sogenannten Ptolemäer-Könige. Da ist auch ein bisschen was verloren unten in der Ecke, aber werden wir gleich sehen. Das hat man doch ganz gut noch ergänzen können. Die Frage war immer ganz oft, wo kommt diese Form des Dekretes her? Im alten Ägypten kennen wir natürlich Dekrete, so als Texttyp, als juristischen Typ, schon aus dem sogenannten Alten Reich, also drittes Jahrtausend vor Christus, aus Zeit von unter anderem P.B. II. gibt es Dekrete, aus dem sogenannten Neuen Reich, 1500 vor Christus und folgende gibt es Dekrete. Aber diese Art, dieses Priesterdekretes, das kommt ursprünglich aus Griechenland. Da gibt es nämlich aus dem athenischen Raum und an verrandeten Raum ab dem 5. vorchristlichen Jahrhundert auch Texte, die Formulierungen tragen, die dem vom Stein von Rosette und von ähnlichen solchen Dekreten, gibt es nämlich noch mehr davon, sehr ähnlich sind. Ja, und dann haben wir das Ganze dann in der Lehre implementiert. Aber bis dahin müssen wir noch ein paar Schritte gehen. Gucken wir mal noch weiter. Ich habe ja gesagt, immer auf so eine Zeit rekurriert. Jetzt haben wir auch mal noch ein Datum hier, 196 vor Christus. Das ist das Jahr, in dem der Stein von Rosette quasi erzeugt wurde und auf den sich die ganzen Verordnungen in dem Dekret beziehen. Und zwar unter dem Pharao Ptolemaius V. Der war zu diesem Zeitpunkt erst 13 Jahre alt, also gab Stellvertreter, die für ihn unter anderem mitgeherrscht hat. Und der heißt Stein von Rosette, weil er aus der Stadt Rosette im Nildelta kommt, am rosetanischen Nilarm. Material, Kranodiorit, hat man lange am Anfang, nicht lange, aber am Anfang erst mal für Granit gehalten. Ist so ein dunkler Stein. Wird nachher noch interessant, wenn wir über Scannen reden. Ja, und war ursprünglich vermutlich mal 1,50 hoch, grob. Aber es ist nicht alles erhalten. Und das Foto rechts auf der Folie symbolisiert so ein bisschen, wie groß diese Dekrete gewesen sind. Also waren ziemliche Teile. Das sind ein paar Studierende, die hier mal ein Faximile von einem anderen Dekret hochhalten, vom Canopus-Dekret. Also da sind einige hinten dann auch noch auf dem Stuhl und halten dann die Tafeln noch mit aus der Publikation. Heute, wie gesagt, im British Museum. Und der Stein von Rosette ist auch bekannt als die Rosetana. Das Dekret von Memphis oder Marmorosetanum ist auch noch ein ganz alter Bezeichnung, wie man manchmal noch in der Literatur findet. Erst hatten die Franzosen den Stein von Rosette gefunden. Da gibt es eine ganz interessante Geschichte dazu, die vor allem auch der Kollege Peter Dils aus Leipzig gut erforscht hat. Das werden wir auch in Leipzig in Teilen in einer Rosetta-Ausstellung zeigen, die am 14.07. eröffnet, bis einschließlich Oktober läuft. Also herzliche Einladung, sich die Einladung dann mal anzuschauen. Und danach, Ende Oktober bis ins Frühjahr rein, ist dann das British Museum dran. Macht auch eine tolle Ausstellung, da machen wir natürlich schon Projekte auch überall mit. Und das ergänzt sich dann sehr schön und zeichnet vor allem diese Geschichte des Erwerbes dann auch nochmal nach. Denn, wie gesagt, erst Napoleon, Frankreich, Ägypten-Feldzug, schiefgegangen. Und dann haben die Briten die sogenannte Kontinentalsperre errichtet übers Mittelmeer. Und damit ist Ägypten an die Briten gefallen als Protektorat und damit auch der Stein von Rosetta. Das war jetzt long story short und schließlich endet der Stein als eines der Haupthighlights im British Museum. Über sechs Millionen Leute, mal von Corona abgesehen, betrachten sich den Stein jedes Jahr. Und da wird es dann eben auch die große Jubiläumsausstellung ab Oktober geben. Die Geschichte vom Stein von Rosetta ist interessanterweise auch eine Geschichte der Erhörungsglyphen, Drucktypen, also von Drucksetzerei und so weiter. Man hat sehr früh Kopien gemacht, aber auch Druckabzüge. Hat in Rosetta selbst auch so eine Kopie gemacht. Und es gibt in Figerc, wo Jean-François Champollion herkommt, so eine ganze Reproduktion auf dem Marktplatz. Habe ich selber auch noch nicht gesehen, aber einige haben schon berichtet, dass das auch sehr, sehr eindrücklich ist. Ja, und neben diesem Stein, also der Stein galt für ihn als eines der wichtigsten Monumente für die Entzifferung der Erhörungsglyphen, quasi den Schlüssel, weil man eben diesen dreisprachigen Texte hat. Drei Versionen von einem Text, mehr oder minder. Und das hat ihm dann sehr geholfen. Aber was ihm auch sehr geholfen hat, und das ist ein wichtiger Teil, deshalb sage ich das hiermit, ist der sogenannte Banks Obelisk, der sich in Kingston-Lacy befindet. Das ist von einem Herrenhaus in der Grafschaft Dorset in Großbritannien. Und da fanden sich nochmal einzelne Namen, Namen, die Champollion sogar ein bisschen mehr noch geholfen haben. Das hat Wolfgang Schenkel, der Ägyptologe, alles rausgefunden bei Archivstudien im British Museum vor ein paar Jahren. Sehr interessanter Aufsatz in MDAEK für die Profis hier. Kann man sich gerne mal zu Gemüte führen. Und schließlich schrieb er dann sein Lettre à Monsieur Dacier. Also das ist ein über 100-seitiges Buch, gar nicht ein Lettre, also nicht unbedingt ein Brief, sondern eine Abhandlung für die Akademie der Wissenschaften und hat dann seine Version vom altägyptischen Sprach- und Schriftsystem gebracht. Und vieles davon wird manchmal auch heute noch im Unterricht mitverwendet, für die Hyoglyphen oder auch für das Demotische. Das war 1822, also so reichlich mehr als 20 Jahre, nachdem der Stein entdeckt wurde. Die griechische Effigrafik war ein bisschen schneller, weil Altgriechisch kannte man nach wie vor. Dafür ist das Wissen nie verloren gegangen. Und wie kommen wir jetzt überhaupt zu Digital Humanities? Jetzt haben wir endlich den Bogen geschafft. Meine Kollegin Monika Berti in Leipzig, die ist Altphilologin und Digital Humanist, hat ein Projekt, wo sie griechische fragmentarische Texte sammelt, digitalisiert und neue Editionen macht. Und da kam der griechische Text vom Stein von Rosette drin vor. Und dann hat sie gesagt, das ist ja Quatsch, das alles einzeln zu machen. Das ist ja ein Text mit noch zwei weiteren Versionen, hat mich angesprochen, halt währenddessen hier weitergearbeitet an der Edition. Und wir haben zwischendurch auch eine ganze Reihe Leute zusammengebracht, um eben die Digital Humanities im Bereich Altertumswissenschaften eben nicht isoliert zu betrachten, wie das viele, viele Jahre getan wurde und auch generell in der Forschungsgeschichte oft war, dass Altgriechisch, Latinistik, also die klassische Philosophie, ihr Ding macht und die Ägyptologie, Koptologie ein anderes Ding macht, sondern dass wir wirklich alle zusammenbringen, weil wir arbeiten mit Quellen, die zweisprachig, dreisprachig sind, die aus dem gleichen Land, aus dem gleichen sozialen Kontext kommen. Ja, und dann haben wir noch die Chance genutzt, ein Lern-Lehr-Projekt einzuwerben, was vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefordert wurde und dann haben wir losgelegt und uns zusammengetan mit den Kollegen aus Florida. So kriegen wir jetzt die noch mit ins Boot. Das sind zwei Professoren an der University of Florida, Alenia Bosia und Angelos Bamputis. Die sehen wir auch gleich im Bild. Die haben ein Projekt ins Leben gerufen, namens Digital Apigraphy and Archaeology. Und die haben da Algorithmen und Methoden entwickelt, wie man in 3D gerade mit Inschriften und Abklatschen ganz gut umgehen kann. Also haben wir beschlossen, für unsere digitale Edition brauchen wir schöne neue Bilder vom Stein von Rosette. Das British Museum hat zwar welche, aber die sind nicht gut genug, wenn man reinzoomt, wenn man auch vor allem dann die Feinheiten in den Hieroglyphen und vor allem auch im Demotischen lesen möchte. Ja, und nach ein bisschen Verhandelei sind wir dann im Juni 2018 nach London gefahren. Die Kollegen haben das möglich gemacht, Ilona Regulski und ihr Team und haben auch den Glasschrank geöffnet. Und da haben wir dann hochauflösende Fotos erstellt und die dann zu 3D-Grafiken umgewandelt. Das funktioniert ungefähr so, wenn Sie gucken, vor allem auf das linke Bild. Hier, da steht der Kollege Bamputis und der Held, so etwas sieht so aus wie bei Star Wars die Lichtschlatter. Das ist ein sogenanntes Ice Light, das ist ein Lichttyp, den Polaroid entwickelt hat, gibt aber mittlerweile auch viel günstigere Varianten. Die haben wir dann natürlich verwendet. Und man leuchtet dann auf die Inschrift von vier verschiedenen Seiten. Kann man sich so ein bisschen vorstellen, auch wie ein Scanner über eine, also ein Flachbett-Scanner über die Seite, das platt fährt, wenn er was scannt. Da kommt immer das Licht aus einer Richtung und dann wird das eingelesen und dann hat man dann diesen 2D-Scan, den man dann macht. Und das haben wir quasi von vier Seiten gemacht und diese vier Bilder dann kombiniert. Also nochmal zum Vergleich. Links haben wir in der Folie ein normales Bild mit einer Spiegelreflexkamera aufgenommen. Da wird es im Demotischen schon ein bisschen schwierig, vor allem, wenn es epigraphisch ist, auch nochmal speziell. Und wenn man dann die Bilder kombiniert und auch noch ein bisschen rumspielt, dann kommt man dann auf was ganz gut Lesbares hinaus. Ich meine, die Hardcore-Demotisten, die gehen auch mit epigraphischem Material wie links um, aber ist schon auch nicht schlecht, gerade wenn man dann visualisieren will und was mitmachen will, dann so eine Aufnahme zu haben. Das ist schon ein bisschen besser und ist entsprechend auch, wenn es sich dafür interessiert, dann da nachzulesen. Was kann man noch machen? Man kann Tiefenkarten erstellen und hat dann wirklich ein richtiges 3D-Bild. Die Kollegen haben auch gearbeitet mit Abklatschen in der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften zum Beispiel. Hier ist der Tatenbericht des Kaisers Augustus zu sehen. Also sehr gut geworden. Eignet sich diese Technologie Shape from Shading besonders gut für Inschriften, die so bis zu 0,81 Zentimeter Schrifttiefe haben. Also perfekt für den Stein von Rosetta. Wir haben uns natürlich hier im Bild, um es nochmal zu nehmen, wirklich auch die böseste Ecke ausgesucht. Gerade die linke obere Ecke, da geht nämlich eine hellere Gesteinsader durch den Stein, der sonst eigentlich so anthrazitgrau ist. Also so eine Farbpunnen zwischen Grau und Schwarz, was gar nicht so einfach ist für 3D-Scannerei. Also alles, was so dunkel ist oder auch was so shiny, golden, silber ist, ist schwierig. Also das, denke ich, haben wir ganz gut hingekriegt. Und da wollen wir in Zukunft noch ein bisschen an dem Bild und arbeiten. Und viele Kollegen haben das auch schon genutzt für ihre Arbeit am Text. Das haben wir dann natürlich auch mit denen geteilt und natürlich auch mit dem Prillisch Museum. Ja, und was haben wir jetzt weiter noch damit gemacht? Wir wollten ja so eine Art Lern-Lehr-Projekt machen und da noch eine digitale Edition draus machen. Und das nennt sich Alignment. Und um das mal so kurz zu erklären, hole ich kurz aus. Heutzutage lernt man ja Sprachen durch alle möglichen Arten. Das Vokabelheft, die Sprachreise oder irgendwas, sich über Podcasts anhören, sind ja ein paar Varianten, Zettelkästen. Aber viele nehmen natürlich auch Apps zum Sprachenlernen, wo man quasi Wörter mit der eigenen Sprache matcht, also Vokabeln so lernt. Aber man kann natürlich auch so ganze Sätze matchen oder ganze Ausdrücke. Und dieses Matching, das ist letztendlich das Alignment, so dieses Wort für Wort oder diese Wortgruppe für Wortgruppe Entsprechung. Und da gibt es ein Portal im Netz, das heißt Ugarit. Das hat witzigerweise auch ein Kollege aus Leipzig entwickelt, Tarek Youssef. Und das nutzen viele Kollegen, um Sprachen der Welt damit zu vernetzen. Also vor allem kommt, das kommt natürlich so aus dem Bereich klassische Philologie. Da gibt es viel Griechisch, Latein. Aber es gibt auch ein bisschen Ägyptisch, wenn man rechts sich das anschaut. Und viel natürlich ist auch Englisch und moderne Sprachen. Wir haben auch Leute, die chinesische Poesie kontemporärer, also von jetzt mit englischen Übersetzungen gematcht haben, einfach um das Tool damit zu füttern und zu trainieren und auszuprobieren. Das war vor allem eine schöne Geschichte in der Pandemie. Das ist vor der Pandemie. Dann ging es ganz schön hoch, wenn immer mal so Kurse waren, wenn irgendwo auf der Welt Leute mit Studierenden was gemacht haben. Und ich habe jetzt nicht die aktuellen Statistiken für ab März 2020, aber das ging sowas von ab und sowas von in die Höhe. Das kann sich, glaube ich, jeder hier und auch im Zoom-Raum vorstellen, dass gerade die digitalen Tools und der Zugriff für die Texte über solche Plattformen dann einfach ganz wichtig war. Weil wie sind wir sonst an die Sachen rangekommen? Wie haben wir sonst unterrichtet? Wie haben wir sonst Aufsätze und weiteres geschrieben? Wie macht man das? Also man macht dann so Paare mit Sprachen. Und wenn man Sprachen nicht kann, also gerade hier im Bereich, hier haben wir mal was Arabisches, da gibt es sogar auch Lesehilfen, um Dinge einzugeben. Und letztendlich matcht man einzelne Wörter miteinander, zum Beispiel ein ägyptisches Wort mit einer Übersetzung. Hier haben wir sogar auch was in der Transliteration des Altagyptischen eingegeben. Also das ist dieses Tool Eye Aligner, was wir dafür verwendet haben. Und das ist total super. Das hat nämlich drei Felder. Das heißt, wir können diese drei Versionen des Steins von Rosette da mit reinnehmen. Ist auch ganz toll für Leute, die zum Beispiel auch an persischen Texten oder an alten Texten arbeiten, die eben aus dem Bereich Westasien kommen, weil wir da auch oft drei- oder sogar viersprachige Inschriften haben. Ja, und da will ich jetzt gar nicht hier im Detail, wie man das macht, irgendwie eingehen, sondern auch ein bisschen auf die Resultate zu sprechen kommen. Weil ja die Frage immer ist, ist das nun, ist der Stein von Rosette, dieser Text, irgendwie ein Text in drei Sprachen, also quasi übersetzt, so eine Eins-zu-eins-Übersetzung oder hat jede einzelne Version da auch ihre Relevanz, gibt es da Unterschiede. Und natürlich gibt es diese Fälle der Eins-zu-eins-Übersetzung. Ich nehme gleich mal das nächste Beispiel. Das ist nämlich ganz interessant. Hier hat es mir ein bisschen die Codierung zu hauen, für dich zu entschuldigen. Das ist der letzte Satz und zwar zum Stein von Rosette, wie der aufgestellt werden soll, warum der wohin soll. Man schreibe diesen Erlass auf eine Stähle von festem Stein in der Schrift der Gottesworte, hieroglyphisch, mittelägyptisch, in der Schrift der Briefe, demotisch, und in der Schrift der Griechen, die altgriechische Version. Und das Ganze dreimal, also links habe ich jetzt gerade vorgelesen, das ist eben die hieroglyphisch- mittelägyptische Version, in der Mitte dann die demotische Version und dann am Ende noch das griechische. Können wir sehen, wenn Sie jetzt so ein bisschen mit überfliegen, ist quasi grob das Gleiche, wenn natürlich auch Feinheiten in den Sprachen sind. Irgendwas, was im ägyptischen mit einem Verb dargestellt wird, wird im griechischen vielleicht mit einer anderen Konstruktion gemacht und so weiter. Das sind dann halt die linguistischen Feinheiten der einzelnen Sprachen. Aber es gibt auch Differenzen und da wird es dann spannend. Nämlich, wenn mal was ausgelassen ist, wenn eine Reihenfolge umgekehrt ist, wenn irgendwas ergänzt wurde in der Version, es vielleicht sogar auch Fehler gibt oder irgendwelche ausführlichen Dinge, Verkürzungen gegenüberstehen. Auch hier nur ganz kurze Erwähnung, nur dass Sie den Eindruck kriegen, wir gehen nicht in den Inhalt rein oder gar in die linguistischen und sprachlichen Feinheiten. Da ist zum Beispiel mal an einer Stelle hier die Titel vom Pharao Ptolemaius V. ein bisschen genauer ausgeführt. Oder hier in diesem Beispiel, da werden die Schulden erst verringert, dann erlassen im Dämotischen und im Griechischen schreibt man erst erlassen, dann verringert. Das sind manchmal auch einfach auch übliche Formulierungen, Formular aus diesen Ehrendekreten oder im Ägyptischen heißt es im Dämotischen mal zu Lande und zu Wasser, während im Griechischen eher zu See und zu Land die Formulierung ist. Das ist so eben formelhafte, idiomatische Sprache. Das konnten wir hier finden. Weniger, was wir finden konnten, sind zusätzliche Wörter und Satzteile, die eingefügt werden. Und hier haben wir mal einen kuriosen Fall. Da können sich vielleicht einige Kollegen auch erinnern, weil wir das auch schon mal an einer Stelle in Berlin bei der neuen Forschung gezeigt hatten. Da ist im Dämotischen ein neuntes Regierungsjahr erwähnt, bis zu dem Schulden der Tempel erlassen werden sollen beim König. Und im griechischen Teil steht, die Schulden werden erlassen bis zum achten Regierungsjahr. Oh mein Gott, das wird doch wohl nicht irgendwie hier, hat sich jemand hier verhackt beim Stein von Rosette. Also wenn man das schon macht, sowas darf doch nicht passieren. Nein, das ist natürlich kein Fehler. Das ist eine unterschiedliche Denkweise der Finanzjahre. Also das eine ist bis zum Jahr 9 gedacht. Da sagt man eben quasi inklusive des achten Jahres. Und dann bis zum Jahr 9, wenn das Jahr 9 anfängt, dann werden die Schulden dann nicht mehr erlassen. Während im griechischen hat man einfach eine andere Denke nach den Finanzjahren. Ich hoffe, das ist so ungefähr klar geworden. Also es ist hier kein Fehler. Aber die Profis sehen natürlich, da steht definitiv eine 9. Renpad 9 im Demotischen oder Ogdo-U-Etus im Griechischen. Und das ist definitiv die Zahl 8, die da steht. Also solche kuriosen Sachen hat man manchmal. Da fängt der Spaß an. Da geht die Forschung los. Oder auch hier, wo der Gott Hermes oder der Gott Reh im Ägyptischen mit dem Gott Hermes im Griechischen gleichgesetzt wird. Und es gibt diese Gleichsetzung. Wir haben da auch geguckt, aber sie ist nicht üblich. Das wäre nicht das, was man als Entsprechung hier erwarten würde. Und manchmal kann man solche Sachen auch komplett kombiniert haben in einzelnen Fällen. Und ich möchte an dieser Stelle eine Kurzzusammenfassung machen, dass man nicht ein Dekret in drei Sprachen hat, sondern eben, dass jede Version hier ihre Relevanz hat. Soweit dazu. Das haben wir dann versucht zu visualisieren. Ich will jetzt nicht direkt in die Website reingehen, auch aus Zeitgründen. Einfach nur kurz erwähnt, man kann auf die Website gehen und mit der Maus drauf rumfahren, so wie hier in diesen Screenshots die Maus hier oben angedeutet ist mit dem Finger. Und da zeigt es einem dann, wo man sich genau im Text befindet und welche Zeile, welcher anderen entspricht in den drei Versionen. Und wenn man dann genau klickt, kann man dann zu dem Alignment in dem Ugarit Eye Aligner kommen. Da für diejenigen, die es interessiert, das ist in HTML über strukturierte XML-Dateien gemacht worden und hat dann eine gewisse Hierarchie, wie die Informationen dann auch präsentiert werden. Falls bei allen Sachen gilt überall, ich reise hier vieles nur an, wenn Interesse daran besteht, einfach kurz notieren und dann gehen wir dann am Ende darauf in der Diskussionssession noch mit ein. Ja, und diese Art des Alignments haben wir in den Unterricht eingebunden und da auch Sachen mit Studierenden, andere Dekrete uns angeguckt und da haben Studierende auch Dinge übersetzt in Sprachen, die sie gar nicht konnten, haben versucht nachzuvollziehen. Eben gerade Ägyptologen haben versucht, Latein oder Altgriechisch nachzuvollziehen und das war ein großer Spaß. Alle haben viel mehr gemacht, als sie eigentlich mussten bei den Hausarbeiten und Hausaufgaben. und wir haben sogar noch Feedback für die Entwickler von Ugarit geben können. Also es war wirklich eine Win-Win-Win-Situation, hat ganz viel Spaß gemacht und ich freue mich schon, das auch im Unterricht bald wieder einzusetzen. Und es können alle auch nachnutzen, da die ganze Technologie und alles ja online ist oder wenn man noch ein bisschen mehr damit rumspielen will, wir natürlich da auch alles rausrücken, was es da noch gibt. Eine Sache, wo wir noch dran sind, das ist das sogenannte Tree Banking. Das existiert bis jetzt nur für das Griechische. Das ist eine Sache, wie man Grammatik darstellen kann, ganz kurz gesagt, in einer Visualisierung eines Baumes. Deshalb Tree. Keine Sorge, wird hoffentlich gleich klar. Man muss dafür eine Grammatik beim Computer, also bei der App hinterlegen. Aretusa heißt die, gibt aber auch noch viele andere. Und diese Grammatik muss natürlich definiert sein. Für das Ägyptische fangen wir das gerade an. Und da haben einige Kollegen hier auch schon mal vorgelegt. Das sind auch bekannte Namen. Camilla DiBias-Dyson, Frank Kammerzell und Daniel Werning haben das mal angepasst für das Ägyptische nach den sogenannten Leipzig-Clossing-Rules. Die heißen so, weil die aus dem Max-Planck-Zentrum für Evolutionäre Anthropologie stammen, die sich ganz viel mit der Spracherforschung auseinandersetzen und eine riesige Datenbank haben von allen Sprachen der Welt, die je existiert haben. Auch absoluter Link-Tipp hier an dieser Stelle. Und da versucht man halt darzustellen, wie auf der Satz- und der Wortebene die Grammatik funktioniert. Also wird geguckt, was sind Hauptsätze, was sind Nebensätze, was ist das für ein Satztyp, muss man da genau hinterlegen oder auch angeben. Und auch die Phrasen im Satz, die vorkommen werden, wie Subjekt, Objekt, Prädikat, gibt man an. Und das kann man, also das muss man erst hinterlegen, das System damit füttern, dass die Maschine quasi weiß, wenn man neue Sätze hat, wie man das dann bestimmt. Und dann hat man zum Beispiel so einen altgriechischen Satz und muss dann bestimmen, was ist das Prädikat im Satz, was ist das Subjekt, das Objekt und auch die Wortart. Ist das zum Beispiel ein Partizip, männlich-weiblich-sächlich, was es auch immer in den jeweiligen Sprachen gibt. Und wenn man das alles richtig gemacht hat und das auch stimmt mit der hinterlegten Grammatik, dann kommt da ein Baum raus. Deshalb Treebanking. Kann man auch so machen. Die Sätze des Steins von Rosette, die sind unglaublich komplex. Es sind insgesamt 29 Sätze im griechischen Teil und rund 1500 Wörter. Das heißt, es entfallen 52 noch was Wörter pro Satz. Schreiben Sie bitte nie so, weder in Ihren Hausarbeiten noch in Ihren, was weiß ich, Pressebeteilungen oder akademischen Publikationen. Das steigt jeder aus beim Lesen. Das liegt daran, beim Steins von Rosette hat man unglaublich viele Nebensätze, aber auf gleicher Rangordnung. Also es sind nicht so Schachtelsätze wie Franz Kafka, die nie aufhören, wo immer wieder die Erzählung weitergeht, sondern es sind immer ganz viele Beispiele, die gleichrangig sind. Aber das ist schon eine Hausnummer für sich, einen so langen Text zu haben. Und dann kann man natürlich rumspielen, so ein bisschen lexikostatistische Analysen machen. Wie viele Wörter pro Teile, wie viele Textwörter, wie viele Sachen haben wir als Belegstellen und was für Wortkategorien werden verwendet und in welchen Sprachen hat man dann was für Häufigkeiten. Das ist natürlich auch sehr stark dann den Sprachen geschuldet, dass es eben beispielsweise im Ägyptischen eine Neigung gibt, gerade im Demotischen viele Substantive zu verwenden und auch erheblich mehr Pronomen, als es zum Beispiel im Griechischen der Fall ist. Währenddessen dann Artikel im Demotischen und im Griechischen viel üblicher sind als im Mittelägyptischen und so weiter. Also solche Spielereien kann man dann auch machen und ganz gut dann analysieren. Ja, und um das auch noch ein bisschen zugänglicher zu machen, haben wir auch mal eine Online-Ausstellung gemacht. Da ist ein Link. Das kann ich auch gerne nachreichen oder noch einen Check packen nachher. Da haben wir viele Sachen, die ich jetzt erzählt habe und auch noch mal in aller Ausführlichkeit dann damit dargestellt. Das haben wir mit DDB Studio, ein Omeka-basiertes System der Deutschen Digitalen Bibliothek gemacht, auf Deutsch und auf Englisch. Ja, das waren so die Sachen, die ich für das Digital Resetor Stone Projekt zeigen wollte. Wir arbeiten jetzt noch fleißig dran, diese Treebanking-Sache fürs Ägyptische weiterzubringen. Das ist nicht ganz trivial. Und auch noch schön, Forschungsdatenmanagement zu machen, also zu dokumentieren. Das läuft dann, wie so vieles im Bereich Digital Humanities auf dem Portal GitHub. Und ich sagte es schon, das 3D-Modell soll noch ein bisschen verfeinert werden und wir beteiligen uns außer an den Aufsätzen und an den Ausstellungen. Die laufen natürlich auch an der Lehre und so weiter. Und sollte es mal, und wenn die Unicode-Hiroglyphen dann gut eingebaut werden können, das ist nämlich noch mal eine interessante Fragestellung für die Ägyptologen über die Darstellung der Hieroglyphenschrift im Digitalen, dann werden wir das auch entsprechend mit einbinden. Ein paar Worte möchte ich verlieren zu einem noch ganz anders gearteten Text, was aber auch ein bisschen wichtig ist und Weltdokumentenerbe ist. Das ist der Papyrus Ebers. Den haben wir bei einem Kongress hier mal gezeigt. Das sind hier alle Hilfskräfte in voller Schönheit, die mitgeholfen haben. Das war 2017 beim Demotisten-Kongress. Und da sind wir natürlich mit allen Papyrus-Freunden und Kollegen da in die Sondersammlung gegangen, haben auch den Papyrus Ebers angeschaut. Der ist ein relativ spektakulärer Text, weil er eine der längsten Schriftrollen überhaupt ist, die wir aus Ägypten überliefert haben. Und hier in dem Falle ein Text der alten ägyptischen Heilkunde. Kommt ursprünglich aus Theben. Kontext ist nicht ganz klar, heißt Papyrus Ebers, weil der Ägyptologe Georg Ebers ihn angekauft hat. Hat ein ganz klassisches Format. Zu dieser Zeit und stammt aus dem Neuen Reich. Also grob 3500 Jahre alt. Die Kolleginnen und Kollegen sehen hier schon die entsprechenden Details zur Paläografie und zur Datierung. Das ganze Teil ist nicht komplett erhalten, weil es eine kriegsbedingte Auslagerung gab. Da fehlen heute ein paar Teile. Und es ist auch ein bisschen was kaputt gegangen. Da ist irgendwas in der Hundehütte gefunden worden. Und so weiter. Und der Text ist auch berühmt, weil er im Kalender sich auf dieser Zeit, auf der Rückseite des Papyrus befindet, wo eine Datierung damit relativ, eine relative Datierung damit gebracht werden konnte. Und ich will nur kurz sagen, dass sich darauf eine ganze Reihe medizinische, was wir sagen, was wir nennen, akademische Texte, also Lehrtexte, befinden, aber auch angewandte Texte, also Rezepte zu allen möglichen Krankheiten und Indikationen, die man haben kann, die sehr stark auch in die Welt der Magie reinkommen. Das ist typisch altägyptisch, dass man eben die magischen Inkantationen und Anwendungen hat und die in Kombination mit den medizinischen Anwendungen, weil sonst wirkt es nicht. Wenn die Anrufung der Götter nicht dabei ist, dann funktioniert auch das beste Rezept nicht, ganz grob gesagt. Und dieser Text hat natürlich auch seine Widerspiegelung in der digitalen Welt gefunden mit einem tollen Scan. Es ist auch vor kurzem noch ein schönes Buch erschienen vom Kollegen Wurtz Popko zusammen mit Ulrich Johannes Schneider und Reinhold Scholl und jede Menge Einträge hier auch in den einschlägigen Datenbanken, die Sie gerne anklicken können am Ende, um einfach auch diese Portale auch nochmal hier ins Bewusstsein zu rufen. Thesaurus Lingua gibt es ja eine Volltext-Datenbank für allägyptische Texte, Science in Egypt, ein Portal, was unter anderem auch die Kollegin Anke Plöbaum die hier auch in Münster und Leipzig arbeitet, mit bespielt und so weiter und so fort. Und da gibt es eine Website mit einem kompletten Scan von diesem Text. Ganz unten sehen Sie mal eine Seite in voller Länge. Also das sind alles wirklich einzelne Papyroseiten, einfach um Eindruck zu bekommen, wie lang das Ding ist. Sind über 18 Meter und diese Website ist relativ früh erstellt worden, Anfang der 2000er und wie so vieles nicht mehr gut handelbar, weil wir machen jetzt was, das sich Triple I F nennt, also diese drei I's und ein F. Also da geht es darum, bis auf eine bestimmte Ebene von Fotos rein zu zoomen und das mit Informationen zu verknüpfen. Also mit Zoom-Informationen, mit Infos, wo die Sachen auch herkommen, also wirklich eigentlich Text-Infos, sogenannte Metadaten zum Objekt damit verknüpft werden und die Idee ist dann irgendwann mal da hinzukommen, dass man auf Abbildungen bestimmte Elemente auch durch den Computer scannen lassen kann und dass der Computer dann natürlich auch irgendwann, wenn er irgendwo immer einen Heiligenschein auf einer Ikone entdeckt, dann auf der nächsten Ikone auch sieht, okay, das ist auch ein Heiligenschein oder was in vielen anderen Projekten gemacht wird, wo es Fotos von Tieren gibt, dass der Computer sieht, okay, das ist ein Elefant und auf dem nächsten Bild ist es auch einer, um das Protokoll, was dahinter liegt, um sowas zu ermöglichen, heißt IIIF und das hat die Uni Leipzig dann für den Papyrus Ebers auch nochmal gemacht und dann haben sie auch nochmal eine schöne Sache gemacht, ein Showroom, wo dann auch nochmal das ganze Ding gescannt wurde und als Replik ausgedruckt wurde, was man sich jetzt heute in der Universitätsbibliothek angucken kann, inklusive des schönen Kalenders, das ist also wirklich ganz toll geworden, als Projekt und die Take-Home-Message jetzt aus diesem kleinen Abschnitt war, also dieses IIIF-Manifest, diese Art und Weise mit Bildern zu arbeiten, ist eben auch eine Sache, die unter anderem in der Ägyptologie, aber ganz viel in der Handschriftenkunde auch gemacht wird oder in Projekten, die viel mit Bildern arbeiten, mit Wandmalereien und ähnlichen Sachen, da gibt es ganz, ganz viele Anwendungsfälle. Als letztes möchte ich noch auf ein Projekt eingehen, das ich mit meinen Kollegen in Südafrika mache, unter anderem oder hauptsächlich mit Dr. Samantha Masters, das ist eine klassische Archäologin, die sich vor allem mit griechischer Vasenmalerei und Rezeption in Südafrika beschäftigt, ist nämlich ganz interessant, da die antike Welt dort natürlich eine koloniale Geschichte hat am Kap, aber auch eine Geschichte innerhalb von Widerstandsbewegungen, von schwarzen Bewegungen, wo eben antike Motive verwendet werden, im Bereich der Plakatkunst, wo antike Tramen wiederverwendet werden, im politischen Kontext gepackt werden, was auch viele hier auch in Europa gar nicht wissen und da ist diese Rezeptionsgeschichte auch nochmal ganz interessant, neben der Erforschung der Artefakte an sich, in den doch zahlreichen Sammlungen und es gibt da nicht nur griechisches und römisches, sondern auch mesopotamisches und altegyptisches und da gehen wir oft mit den Studierenden, haben wir eben vor drei Wochen das letzte Mal gemacht, in die Museen und lernen was über die Artefakte, über die Sammlungsgeschichte, aber wir machen auch 3D-Modellierung und stellen die Sachen ins Netz und haben dann auch eine Datenbank, wo das dann alles eingebunden wird und die Studierenden müssen das dann vorstellen, also auch die Leistung, das Modell zu bauen, das Objekt zu charakterisieren und dann auch die Präsentation ist dann auch so ein Aspekt, wie wir das in der Lehre dann mit angehen, denn es gibt ein Modul, Ancient Culture, Theory, Method and Sources für Studierende im vierten Jahr Bachelor, grittisches System, da hat der Bachelor vier Jahre und der Master dann eigentlich nur ein Jahr und da wollen wir eben diese ganzen Ziele, die wir hier ausgelistet haben, dann auch mitbringen, nämlich die, also eine Visual Literacy zu entwickeln, aber eben auch die Aspekte des Kuratierens antiker Objekte zu erlernen, zu überlegen, was eine gute Ausstellung ausmacht, analog wie digital und die Sachen dann auch der Öffentlichkeit vorzustellen. Der Raum, wo die Objekte sind, ist selber schon sehr, sehr interessant, das ist die sogenannte Slave Lodge, also das ist ein Haus, wo früher Sklaven untergebracht werden und Sie müssen sich vorstellen, die Studierenden, die wir haben, die haben teilweise, das ist nicht weit weg von denen, das sind drei oder vier Generationen nur, dass Sklaverei in Südafrika von denen entfernt ist und wenn man über solche Themen redet, gerade auch in der antiken Welt, dann ist das was, was viel näher noch an allen mit dran ist und dieses und auch dieses, dieser Museumsverbund Isiko, der sehr, sehr viele Häuser hat, so ein bisschen wie das Smithsonian in Washington kann man sich das vorstellen, also so eine Gruppe, die hinterfragen das auch ganz extrem, wie die diese Präsentation machen und in dieser Slave Lodge ist nun auch unter anderem die ägyptische Sammlung verortet, nicht ganz günstig, aber dann doch sehr zentral, da wird ein bisschen was ausgestellt, aber auch vieles, hier mal so ein bisschen eine Retro-Vitrine, aber vieles ist einfach auch im Magazin und da dürfen wir dann immer hinkommen, da kommen die Kollegen seit vielen Jahren hin, wer hier ein paar kennt, Isaac Cornelius und Samantha Masters ist die dritte von links, die anderen sind Kuratoren vor Ort und da kommen wir dann hin, haben eine Kooperationsvereinbarung und dürfen dann was machen und auch die Scans anfertigen, das ist eine sehr schöne Sache und nutzen dann eine Datenbank von der Uni Stanford, die gerade bei dem Bereich digitale Ausstellung und Triple IF Protokoll federführend sind, das sind dann auch viele persönliche Kooperationen, die dann mitlaufen. Ja und da werden eben dann die Fotos erstellt, das 3D-Modell gebaut, wir nutzen dafür Orgisoft Metashape, was viele im Bereich der 3D-Digitalisierung in der Ägyptologie, Altertumswissenschaft und so weiter anfangen und laden die dann bei Sketchfab in einem Portal hoch, die links kann ich auch alle gerne mitgeben und ja, das ist natürlich auch ein Lernen, dass man da auch Fehlschläge hat oder auch ewig lange braucht, also auch eine Übung in Projektmanagement, weil die einzelnen Schritte, das Modell zu erstellen, eben nicht eine Hausaufgabe sind, die man Sonntagabend mal schnell anfängt, um es Montag einzureichen, sondern das dauert wirklich eine Weile und nicht alle Rechner funktionieren gleich gut. Da haben wir auch immer wieder unsere Erfahrung gemacht und auch immer wieder neu gemacht, obwohl wir das schon seit ein paar Jahren machen und die Rechner eigentlich manchmal schneller und stärker sein sollten, aber es gibt da wirklich auch große Unterschiede. Ja, das ist immer wieder große Freude, also alles, was bei 3D-Scannen so shiny ist oder irgendwie reflektierende Oberflächen hat, Regenbogenfarben wie so römisches Glas, das wird nicht ganz einfach oder auch goldene und silberne Objekte. Da würde man dann nicht Fotos machen, wie wir es machen, mit Handys, Spiegelreflexkameras oder auch mit der Nintendo Wii, haben wir auch schon probiert. Da kommt man dann natürlich auch eher mit 3D-Handscannern. Das machen wir dann beim nächsten Mal, weil die Uni einen tollen Makerspace angeschafft hat und der noch gar nicht so gut verwendet wurde wegen der Pandemie. Aber dank uns. Sonst haben die dann keine Ruhe mehr. Ja, oder auch so, was kann eben passieren, wenn man dann eben immer weiter geht in den Schritten der Digitalisierung, dass eben das einfach seine Zeit braucht. Ja, und die 3D-Modellierung ist natürlich ein interessanter Einstieg, auch über weitere Dinge zu diskutieren, nicht nur digital diskutieren. Ich habe es angesprochen und die Sicherung des Kulturerbes. Es ist auch ein recht dekolonialer Zugang dann zum Wissen gerade, weil ja vieles auch eben aus Afrika in europäischen Museum in Zeiten des Kolonialismus gekommen ist. So kann man zumindest ein bisschen digital wieder sich was zurückholen, teilen und ähnliches. Und der Zugang zum Wissen eben über das Internet läuft. Ich habe es ja schon gesagt, dass da die Digital Humanities als Disziplin da sehr stark dranhängen. Und dann leuchten die Augen natürlich immer, wenn wir auf das Thema Augmented und Virtual Reality zu sprechen kommen, was ja auch in Museen eingesetzt wird für Ausgrabung, aber natürlich auch im Gaming und in der Filmindustrie eine wichtige Rolle spielt. Die Software und die Methoden, die wir verwenden sind die gleichen. Und gerade für die Ägyptologie ist dieses Spiel Assassin's Creed Origins von 2017 ein großer Glücksfall. Da gab es auch viele Kooperationen mit den Spieleentwicklern und der Ägyptologie, wo man dann eben auch verzahnt gearbeitet hat. Also es gibt mittlerweile Kolleginnen und Kollegen, die in Assassin's Creed Origins in einer Umgebung von Theben des ersten vorchristlichen Jahrhunderts sich mit den Studierenden treffen und da umgehen und unterrichten, weil das so gut gemacht ist. Und auch innerhalb von dieser Assassin's Creed Reihe, da auch wirklich mit Abstand das am besten entwickelte Spiel ist, gibt auch eins zu Wikingern und eins zum frühen Griechenland. Das ist bei weitem, habe ich mir sagen lassen, nicht so gut entwickelt wie die Ägypten Variante, weil das auch daran liegt, dass die Entwickler halt totale Ägypten Fans sind oder zum Teil aus der Altertumswissenschaft kommen. Also solche Sachen sind dann auch was, was dann in Richtung potenzieller Arbeitsfelder geht oder eben auch solche Sachen dann diskutieren, wie diese 3D-Rekonstruktion, die dann von Palmyra, die nach Zerstörung, die dann in London am Trafalgar Square gezeigt wurden, was auch in Fachkreisen große, ja für viel Diskrepanz und viel Kritik gesorgt hat. Und wenn sich dann noch einer wie Boris Johnson hinstellt und das entsprechend präsentiert, Boris Johnson als Althistoriker aus Oxford, dann hat es auch nochmal ein gewisses Geschmäckle und eine gewisse Bedeutung, die man gerade im Kurs dann auch diskutieren kann. Ja, also wir speisen die Sachen alle ein in, was das nennt sich South Africa, Greece and Rome Classical Confrontations. Das ist ein Projekt, was angefangen hat als Buchprojekt, den Kollegen Grant Parker links im Bild zu sehen und das wir dann eben auch weiterführen über Datenbanken bei Stanford, wo dann die ganzen Objekte aus Südafrika in den Sammlungen gesammelt werden. Wir waren dieses Jahr in Pretoria im Ditzong Museum und nächstes Jahr, wenn wir Glück haben, gehen wir vielleicht noch in andere Museen und gucken uns weitere Artefakte an, weil gerade aus dem Bereich Ägypten und Mesopotamien ist da viel noch gar nicht hier so sehr in der Fachwelt angekommen. Und mit diesem Potpourri aus Projekten und Möglichkeiten und Diskussionspunkten möchte ich schließen und bedanke mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich auf die Diskussion.